Hier ist Juan Pablo Hernández Suárez. Ich bin Profiboxer, Weltmeister, grüßes Gewicht und Superchamp. Ich bin in Deutschland seit 2005. Ich boxe schon seitdem ich neuneinhalb Jahre alt war. Eigentlich wollte ich überhaupt nicht Boxer werden. Von der Sportschule war ich schon gewarnt rauszufliegen. Ein Boxtrainer hat mich irgendwie überzeugt. Boxen ist im Moment mein Alles. Jeder ist begeistert von meinem Kampf gegen Steve Cunningham. Ich wurde sogar aufgezeichnet. Bestes Kampf des Jahres. Das größte Erlebnis meiner ganzen Karriere. Ein paar Leute heute noch kommen zu mir und sagen, Boah, das war ein hammergeiler Kampf. Mach so weiter. Ich gebe mir Mühe, dass du bleiben wo ich bin. Потому ist es Both. Ich bin Prof. Bis zum nächsten Mal.